Willkommen hier auf MabacherTV bei der versprochenen Review zu meinem OnePlus One. Ich habe das Telefon jetzt seit gut 1,5 Wochen, noch keine 2 Wochen. Bei meinem Unpacking-Video habt ihr gesehen, es kam mit gut 75% Akku, was ziemlich viel war. Ich habe dann versucht, gleich SIM-Karte rein und alles. Spielen ging nicht, weil ich keine Mini-SIM-Karte hatte, worauf ich mich mit WLAN begnügt habe, was schnell eingestellt war und somit kein Problem war. Das heißt, die ersten 2-3 Tage hatte ich ein neues Tablet. Mini-Tablet, aber doch. Ich habe mich am zweiten Abend gleich umgesetzt und die ganzen Apps runtergeladen und alle Berechtigungen eingestellt, wieder die Passwörter überall eingegeben. Was gut und gerne über 2 Stunden gedauert hat, wenn nicht länger. Und das hat dazu geführt, dass der Akku auf gut 30% runterging. Beim HPC, was ich vorher hatte, wäre das tot gewesen. Und ich hätte scheinbar bei der Hälfte der Apps schon anstecken müssen. Gut. Also, der Akku vom OnePlus One ist der Hammer. Er verwöhnt. Man wird frech und übermütig, wenn man dieses Telefon hat. Wenn ich am Abend ins Bett gehe, schalte ich auf Airplane Mode. Ich will meine Ruhe haben. Und wenn ich dann am Morgen aufstehe, ist meine übliche Tätigkeit Handy anstecken und aufladen lassen. Beim OnePlus One brauchst du das nicht. denn unter 38 oder 36 Stunden aktive Dauer wird sowieso nicht mehr geladen. Ich habe das Handy vor einem Tag 7 Stunden und 19 Minuten geladen und es steht immer noch bei 66%. Der Bildschirm läuft seit einer Stunde und 24 Minuten. und ich habe es immer auf die hellste Stufe eingestellt. Und wie gesagt, 66% hat der Akku immer noch. Es ist unglaublich cool, wie stark das Teil ist. Zum Akku. Als ich die 30% erreicht habe, dachte ich mir am nächsten Morgen, ich habe es über Nacht noch gelassen, da war es dann ungefähr auf 20 oder so, habe ich gedacht, okay, ladest du auf. Ein Freund von mir hat nämlich auch das Handy und der hat gesagt, eine Stunde, anderthalb ist es wieder voll. Also habe ich es angeschlossen, aber ich habe es mit meinem üblichen Stecker versucht, weil der lag rum und den habe ich immer verwendet. Das ist von Blackberry, so ein Reisestecker, bei dem man die Stecker-Ding abmachen kann. Hier die Zurken, oder wie immer das heißt. Und mein normales Kabel. Der Stecker passt. Ist auch ein Mini-USB. Also angeschlossen und abgewartet. Für über 7 Stunden. Und dann war immer noch 98%. Das hat ewig gedauert. Wenn ich so, shit, Montagsgerät bekommen, funktioniert nicht gut. Aber am nächsten Tag, habe ich dann den Originalstecker von OnePlus One genommen, mit dem Original-Kabel. Was wiederum sehr fancy und stylisch ausschaut. Und habe es einfach dann genommen und mit dem probiert zu laden. Und siehe da. Es hat funktioniert. Und zwar in anderthalb, zwei Stunden von 30% drauf auf 100% ratzefatze voll. Das Ding wird super heiß. Aber es geht auch wahnsinnig schnell. Jetzt hat mein Kollege noch erzählt, dass er zu Hause ein altes Samsung-Ladegerät hatte, mit einem dicken Kabel. Und da ging es auch schnell. Ich möchte jetzt versuchen, beim nächsten Mal das Kabel an das Blackberry-Netzteil zu stecken. Um zu schauen, wie lange es dann auflebt. Einfach um zu wissen, ob hier auch Spezialtechnik drin steckt. Oder ob es wirklich nur das breite Kabel ist. Ich werde euch darüber auch informieren. Was dabei rauskommt. Gut, das ist zum Akku. Der ist wahnsinnig. Dann zum Handy selbst. Es ist wunderschön. Es ist extrem schick designt. Es fühlt sich, dieses Sandstone hinten, fühlt sich großartig an. Leider gibt es noch keine Covers. Oder nicht viele. Nur eine Abdeckung für hinten gibt es auf der OnePlus-Seite. Aber die mit Flappe, so zum Schließen, fürs Display zum Schützen, gibt es leider noch nicht. Es ist mir natürlich in diesen anderen Wochen schon passiert, dass es am Boden gefallen ist, mein Süßes. Und es landete, wie alle Sachen, am Facetime. Facetime. Da liegt es also am Boden. Und ich kann mich natürlich nicht bücken, um es aufzuheben. Also habe ich versucht, mit meiner Greifhand, dieses Teil aufzuheben. die ist so, dass sie da vorne zumacht und sozusagen da das Telefon einzwicken sollte. Also wenn alles gut geht, funktioniert das so. Aber, hat nicht funktioniert, weil ich damit keinen Griff hatte hier. Das Telefon ist so schmal an den Lenkseiten, dass man da einfach mit diesen Greifarmen keinen Halt hat. Das geht einfach nicht. Und deswegen, und für die Lenkseiten, weil hier ist es dicker, oben und unten, ist der Arm einfach zu, klebe nicht weit genug auf. So, das habe ich versucht, das Telefon am Boden dahin zu schieben. Und über eine Türschwelle wollte ich es drüber schieben. In der Hoffnung, dass es dann auf der einen Seite nach oben hebt, damit ich dann, wie hier, mit der Greifhand besser reinkomme. Hat auch nicht funktioniert. Aber als Ergebnis gab es einen kleinen Kratzer, hier am Display. Ich glaube ich, man sieht ihn in der Kamera nicht. Er ist auch nicht sehr weltbewegend. Aber er hinterlässt hier kleine Spuren. So, von der Beeinträchtigung am Telefon gibt es da keine. Das Betriebssystem ist das Synergy Mod und es war schon das Update am Handy, als gekommen ist, als es zu mir kam, das 38R. Erstens funktioniert es hervorragend. Das Betriebssystem. Es ist alles total schnell. Die Apps bleiben, wo sie sind. Ich habe mein HTC geroutet und Synergy draufgegeben, weil mit dem original Android ging nichts mehr. und da sind immer wieder die Apps verschwunden. Vor allem die Instagram App war immer weg vom Bildschirm. Das funktioniert hier einwandfrei. Was noch großartig ist durch das 38R das Update ist die Kamera. einfach genial. Man kann Fotos aufnehmen im RAW Format. Das heißt, die sind dann so 20 Megabyte groß und man kann dann mit der passenden Software die Weisabgleich und alle Veränderungen im Nachhinein machen. Kostet Akku, äh, kostet Speicherplatz, aber wenn es wichtige Fotos sind die dann nachbearbeitet werden sollen kann man zu machen und vor allem ist es wahnsinnig irre, dass dieses Handy das kann, weil sonst nur irgendwelche Spiegelreflexkameras glaube ich, machen können. Mir genügen die 13 MB. Die Fotos sind wahnsinnig schön. Wirklich tolle Farben. Und was auch genial ist, Video. Man kann echte Zeitlupe machen, indem man die Videogröße auf 27 AP stellt und auf 120 Frames per Second und dann hat man echte Zeitlupe, in der man aufnehmen kann und da gibt es großartige Videos davon. Die werde ich unten verlinken. Was auch spannend ist, ich benutze es, also ich drehe die Kamera auf 1080p, es ist aber, wie man hier sieht, 4K möglich. Es ist Wahnsinn. Also man kann e wirklich mit 4K aufzeichnen. Leute, die Video machen müssen, dass das irre ist, mit nem Handy. 1080p. Mir genügen die 1080p. Das ist schon ein Upgrade. Meine Flipcams, mit denen ich diese Videos mache, haben 27. Und für Video im Innetz ist das mehr als ausreichend. SIM-Karte ist eine Mini-SIM-Karte und bei meinem Unpacking-Video habe ich gesagt, hier gibt es einen wunderschönen Schlüsselanhänger. Sehr stylisch, das ist toll. Ich habe nicht gewusst, was es ist. Jetzt weiß ich es. Es ist die berühmte Nadel im Heuhaufen. Es ist diese Nadel, mit der man den Pin, mit der man die SIM-Karte rausholen kann. Also ein sehr, sehr nützliches Teil. Ich lasse es jetzt aber drin. Ja. Und schon wird man nach dem Pin gefragt. Zum Pin. Ich persönlich schalte abends das Telefon immer ab. Beziehungsweise schalte ich es in den Airplane-Mode. Weil ich in der Nacht meine Ruhe haben möchte. Und in der Früh, wenn ich es wieder einschalte, ist bei den anderen Android-Hemmys, die ich bisher hatte, es so gewesen, dass man den Pin für die SIM-Karte wieder eingehen muss, jeden Tag. hat den Vorteil, man vergisst ihn nicht. Und ich persönlich betrachte es auch als Sicherheitsvorteil. Hier wird der Pin nicht abgefragt. Man kann einfach umschalten, wieder vom Airplane auf regulären Mode und die SIM-Karte wird einfach so freigeschalten. Obwohl ich die Pin-Authentifizierung eingestellt habe, wird sie vom Airplane Mode nicht verlangt. Vielleicht wisst ihr irgendwas, was man da umstellen kann. Wäre froh, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Telefon, oder noch Ideen, bitte auch in die Kommentare. Sonst würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ihr, beim AirplaneTV.